heute für euch der elektrom vulkan von pyroland gemischte gold und silber funken sieben meter höhe 90 sekunden brenntauer soll er haben und er hat eine NM von 190 gramm und da bin ich auch echt mal gespannt auf die zündung bin ich wirklich mal gespannt 2018 hergestellt ist ja schon ein ganz schöner klappen schauen wir mal rein das gute ding mal raus so sieht er aus also wirklich schöner großer vulkan schönes design und da sehen wir uns gleich bei der zündung habt ihr gehört so so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.